Einen wunderschönen guten Morgen. Briefpost, also Post auf Papier, die ist nie gut. Für mich finden sich dort nie erfreuliche Informationen, sondern lediglich Rechnungen und Mahnungen und Werbung. Um sich dem also schnellstens zu entledigen, schiebe ich diese Briefstücke unter die iPhone-Kamera und eine Scanner-App, die erstellt dann daraus digitale Dateien, PDF-Dateien, die sich so viel besser ignorieren lassen.